Lipponer Energie- und Metallbautechnik Lipponer Energie- und Metallbautechnik ist ein Schweizer Unternehmen, das vor über 75 Jahren gegründet wurde. Einer unserer Kerngeschäfte ist die Installation und Produktion von Raumbelüftungssystemen, Installation von Photovoltaiksystemen, Sanitär- und Heizungsinstallationen. Wir entwickeln innovative und nachhaltige Ideen für unsere Kunden. Dies betrifft auch unsere internen Prozesse, die wir laufend optimieren. Die Produktivität unserer Mitarbeiter ist unsere höchste Priorität. Oft sind die einfachsten Aufgaben, wie z.B. Bestellungen für Arbeitskaräte wie Mobiltelefone und Zubehör, die am meisten Zeit benötigen. Früher benötigte der Mitarbeiter sehr viel Zeit, um Arbeitskaräte wie ein Mobiltelefon zu bestellen. Er musste ein Papierformular ausfüllen, dies musste dementsprechend seinem Vorgesetzten gegeben werden. Der Mitarbeiter hat dabei gewartet, bis die Freigabe erteilt wurde. Nachher konnte erst die Bestellung der IT-Abteilung getätigt werden. Es benötigte etwa 2-3 Wochen nach Eingang der Bestellung, bis der Mitarbeiter sein Telefon bekommen konnte. Um das Problem zu lösen, haben wir uns unterschiedliche Lösungen für SharePoint angesehen. Nintex war die beste Antwort dafür. Ich bin ein grosser Nintex-User. Ich benütze das Produkt für mehrere Prozesse. Ich kontrolliere und signiere Rechnungen, löse Online-Tickets und trage meine Telefonnotizen zusammen. Vorlagen zu den Geschäftsprozessen vereinfachen mir den Alltag und eliminieren Fehler. Ich benötige weniger Zeit, um die Prozesse zu beenden. Dank Nintex können wir uns mehr auf die Anforderungen der Kunden konzentrieren. Wir können so mehr Zeit damit aufwenden, die richtige Lösung zu bauen, anstatt uns um die technischen Details zu kümmern. Es macht Spass, mit Nintex zusammenzuarbeiten. Durch den Einsatz der Nintex-Technologien konnte die Produktivität der Mitarbeitenden bei Lippuner sehr stark gesteigert werden. Lippuner hat den Wert der Nintex-Produkte erkannt und kann dadurch seine Plattform auf einen ganz neuen Level bringen. Für IOZ als Partner heisst das, dass die Möglichkeiten endlos sind. Die Einführung der Programme bzw. der Workflows und den Formularbildern waren so einfach, dass man sein Wissen selber stetig erweitern konnte. Sprich Learning by Doing. Durch die Einfachheit halber konnten bereits über 80 Workflows bzw. Prozesse erweitert bzw. optimiert werden. Ebenfalls wurden durch die Einführung von Nintex bereits etwa 200.000 Schweizer Franken eingespart. Die Einführung von Nintex-Technologien Die Einführung von Nintex-Technologien Wir werden zum ri-ägen-Technologien hr-5 Em良 Ver Wir Vielen Dank.